Die Ukraine hat mit Dutzenden von Drohnen in neun russischen Regionen angegriffen, von Kursk an der Grenze bis nach Moskau, hunderte Kilometer von der Konfliktlinie entfernt. Laut russischen Verteidigungsbeamten wurden in der Nacht vom 1. September 158 Drohnen abgeschossen. Der Bürgermeister von Moskau behauptete, dass mindestens neun Drohnen in der Hauptstadtregion abgeschossen wurden. Eine der Drohnen soll in der Nähe der Ölraffinerie in Moskau zerstört worden sein. Ein Gebäude der Raffinerie wurde beschädigt und nach dem Angriff wurde ein Feuer gemeldet, berichteten russische Medien. Die Raffinerie, die Gazprom Neft gehört, dem Ölverarbeitungszweig des russischen Gasriesen Gazprom, befindet sich im Südosten von Moskau. Es wurden keine Opfer gemeldet. Russische Kanäle auf Telegram berichteten, dass laute Explosionen in der Nähe des Kraftwerks Konarkovo in der Region Tver gehört wurden, einem der größten Energieproduzenten in Zentralrussland. Etwa 34 Drohnen wurden über der Region Bryansk im Südwesten Russlands abgeschossen, sagte der Gouverneur der Region über seinen offiziellen Telegram-Kanal. Mehr als zehn Drohnen wurden über der Region Voronezh zerstört und mehrere andere wurden über den Regionen Lipetz, Kaluga, Riasan und Tula abgeschossen, sagten die Gouverneure der Regionen in ihren Telegram-Beiträgen. Die Gouverneure der Regionen